Guten Morgen! Ich bin hier für mein Vorstellungsgespräch. Ich nehme an, Sie haben den Weg hierher ohne Probleme gefunden? Ich hatte keine Probleme. Ich kenne mich in der Gegend sehr gut aus. Nun sagen Sie mir, warum Sie die Stelle wechseln möchten? Ich möchte meinen Bereich wechseln. Es gibt keinen anderen Grund. Aber warum wollen Sie Ihren Bereich wechseln? Haben Sie dort Probleme? Nein, ich habe einfach keine Lust mehr, im derzeitigen Bereich weiterzuarbeiten. Ich verstehe Sie sehr gut, aber Sie müssen mir einen wichtigen Grund geben. Yesen-Türzen